Moin, im heutigen Video hat mein Cutter wieder ein bisschen gezaubert und zwar mal wieder Clips von Streamern. Falls euch das ganze gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sind auf dem guten Weg zu den 100.000 Abonnenten und da würde ich sagen, viel Spaß in dem Video. Und wir gehen rein. Wir haben Mert auf dem Omen. Das spielt mit Danny. Omen im Gotti. Mit der Killjoy oder Flutus. Das ist so ekelhaft, diese Ult. Ich hasse sie. Er läuft hier in die Tür. Er kommt nicht raus. Und der ultet noch die Ult. Die ist auch noch weg gewesen. Man hat es unter den Nullpunkten gesehen. Schöner Liner-Previal. Der nicht mit dem 1 gegen 1 ISO. Nein. Nein. Ist schön gebooft, aber schlecht geaimt. Passiert. Aber jetzt Zane. Mit dem ersten. Naja, cool. Und vier. Wo ist das Ace? Okay, er wollte es nicht. Zane auch 140 Kills auf fünf Games gemacht in dem Turnier von Eli. Zane, guter Spieler. Das ist schön clean game. Huka, Huka. War bei Huka, ne? Gut game. War's Huka. Ich weiß nicht, aber ich habe doch die Hilfe von euch, Huka. Lass ihn spielen, lass ihn spielen. 13, 12. Er hat den 1 gegen 3 für die Overtime. Oh mein Gott. Kuba dabei. Elias, Jirena. Oh, ist ein bisschen laut, ne? Ja. Einer ist der. Okay. Let's the Gareth. Gareth, Gareth, Gareth. Okay. Ja. Modus, die Smog jetzt. Und der trifft. Ja, hier regelt nur einer. Hier regelt nur einer. Weiter geht die Fahrt. Aber auch grauenvoll, wie lange er gewollt werden würde. Brech das Mikrofon. Ja. Nein, das ist aus Metall, das kannst du nicht brechen. Kann man das brechen? Ich habe dasselbe, ich will es nicht ausprobieren. Ich glaube, man kann es nicht brechen. Vielleicht kann man es brechen. Ey, ich kriege Aggressionen, wenn ich die Judge höre, Bruder. Dieses hässliche... Doch, 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 doch. Ich kriege Aggressionen, Bruder. Wie solltest du rausnehmen? Ich verwende es, Alter. Gigant ist so sauer. Das war im Finale. Halt's Maul, Digga. Wir spielen jetzt. Weil Gigant hört sich das an wie so ein Zug, Alter. Das war einfach im Finale. 6-6. Letzte Map. Er ist so sauer. Eldos. Boah, das Spiel auf Deutsch. Er ist die Top 5 Jet. Der Entreat. Jetzt mal einen aufspielen. Eldos. Er ist ingame Top 5 Jet. Top 5. Ich glaube, das war nicht mal in der Beta Top 5, als sie das Spiel noch getestet haben. Also, ja, Eldos weiß ich nicht. Der ist Deutsch. E-Girl Hunter und Backpack Sage. Oh Gott. Bro, shut the fuck up. Wir haben Zero Kills. Er ist so deutsch. E-Girl Hunter, Mann. Digga, deine Mutter ist so fetten Schlampe, Digga. Nein, sie nicht. Schwarzkopf. Die gucken gerade 50.000 Leute zu, wie scheiße du bist. Bastard. Ja, Digga. Du hast eigentlich nicht einen Follower. Nicht einen Follower, aber ehrlich. Dann gehen wir auf EliasN97 auf Twitch. Ja, nein. Du Vollidiot. Ja, Soundpod, Soundpod. Nein, scheiß Twitch-Kanal wird gemacht. Du Vollidiot. Äh, scheiß Vailor-Account. Geh jetzt rauf. Dummkopf. Dummkopf. Aber, und dann kommt noch was dazu. Dann kommen auch noch die Fälle. Er guckt sich das an und dann sieht er vielleicht doch mehr als einen Follower. Okay, ich geh jetzt klatsch, ich geh jetzt klatsch, ich geh jetzt klatsch. Wo sind die alle? Oh, jetzt raus. Jetzt auch rumziehen. Nur noch mal eine Flash ziehen. Und jetzt mal einen. Ah, let's go. Stark, Danny. Oh, das war ein Lenkrad. Erste, zweite, schön. Schön geaimt. Eine starke Runde. Holt ich schon. Reason in on. Fortnite Multimillionär. Wallmann Headshot. Einer der Top-Verdiener in Deutschland. Dodgy Flash ist IRL und wird genasht. Ich dodsch mich aber auch IRL immer von Flash ist. Das machen, das macht man, glaube ich, automatisch. Er cheatet drei durch die Smoke. Drei One-Tabs. Also eine okay. Zwei. Aber drei ist hart. Ja. Da wird auch mal das Lenkrad angeschmissen. Der Gekko auch nur Punkt für Punkt. Der Gekko ist auch frustriert. What am I watching? Geil. Da kracht es auf jeden Fall ein bisschen. Aber Danny mit den Lenkradern am Start. Fühl ich geil. Nimmt der Jumpspot an. Ja, war mein. Der nimmt Thatcher an. Bisschen hoch, oder? Würde ich sagen. Alles okay. Das ist einfach der Jumpsot an. Outlaw, so eine starke Waffe. Zwei durch die Smoke würde mir stinken als Gegnerteam. In einer Bonusrunde. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Chef Strobel zieht Glavflash. Er macht einfach den Chef Strobel. Und Kuba mit der Rainer auf Icebox. Oh mein Gott. Chef Strobel ist sauer, dass die da durch sind. Und Kuba lässt sie durchlaufen. Aber er macht drei. Übersalte Runde. Der Sova von denen stinkt. Oh mein Gott. Der Sova stinkt richtig, dass er den da nicht hat. Oh mein Gott. Mit sieben HP. Schöne Runde von Kuba. Da wird man doch auch gerne mal verkauft. Wenn die Runde dafür gewonnen wird, dann ist das so. Nimmt man mit. Oh nein. Okay, diesmal kein Lenkrad. Ah. Man sieht den Schmerz in seinem Gesicht. Ich glaube, ihr versteht es nicht. Er hat gerade das Mikrofon geboxt. Ich habe das auch. Erstens, das ist aus Metall. Und zweitens, ich glaube, der hat hier diese Schraube geboxt. Äh, hier die. Ich glaube, das ist Haarplastik oder so. Aber ich glaube, wenn du da mit dem Knöchel so seitlich dran gehst, das kann auf jeden Fall sehr doll krachen. Also, weiß nicht, wie schlau das ist. Aber Danny, unser Mikrofon. Erst du lass überbrechen, dann schlägt er das Mikrofon. Ich glaube, die haben jetzt nicht so eine gute Beziehung. Mach, 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 mach. Oh. Oh, Willi ist sauer. Oh. Man sieht es ihm richtig im Gesicht an, wie sauer er ist. Er hört Smokes und Steps auf C. Und dann wird auch nochmal der Tisch kaputt gehauen. C. Alle C. Boah, das schallt ja richtig nach bei ihm. Boah, da hat es gekracht. Let's play. Ja, komm doch. Nee, der war leck. Ich schwöre, er hat geleckt. Das war ein Leck. Ja, er hat es geleckt. Könnt ihr helfen? Boah, der Klipp ist wieder so laut. Komm, ist der immer so laut. Jetzt. Auf. Oh nein, einer Sieg. Rampe, Rampe, Rampe. Und seit 105. Für die Mordung. Im zweiten steht 11-12 für die Gegner. Das muss er klatschen. Ansonsten ist das Game durch. Nein, die Flash. Er tippt über ihn. Er tippt. Okay, die Flash war drauf. Wenn der oben jetzt über ihn tippt, der in ihnen dann noch abgestopfen ist. Das kann ich einfach mal messern. Oh, Lele mit dem Chamber. Fünf Schuss raus. Sechs. Sieben. Aber diese Jiggle Peaks, die kannst du auch nicht treffen. Das ist so grauenvoll. Er hat sich getraut. Immer wenn man sowas sagt, dann fuchsiert es mir, dann ist der Fokus weg. Ja, da kracht's. Ja, da aus Frust auch nochmal. Ach, die haben zwei AFKler? Aua. Also ein AFKler in Rank tut weh. Ein zweiter ist aber auch einer zu viel. Eigentlich zwei zu viel, aber einer auf jeden Fall. Falls euch das Video wieder gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wie gesagt, wir suchen gut mit den 100.000. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.